Gute Nachrichten 1. Ich sitze in meinem alten Kinderzimmer, als Papa reinkommt und sagt, er hätte gerade mit der Klinik telefoniert, in der Mama ist. Sie hätte den Vormittag damit verbracht, sich zu überlegen, wie sie sich am besten umbringen könne. Es ist das erste und bisher einzige Mal, dass ich meinen Vater weinen sehe. 2. In der Nacht, vor Papas Anruf, träume ich, dass Papa stirbt. Als er mich am nächsten Morgen anruft, erschrecke ich mich erst, als ich aufs Display schaue und Papa lese. Anruf aus dem Jenseits, grinse ich. Als er sagt, er müsse mir etwas sehr Trauriges mitteilen, bekomme ich trotz der gestellsten Formulierung einen zweiten, diesmal ziemlich üblen Schreck. Einen von der Sorte, die einem die Luft nehmen, die einen plötzlich umfallen lassen. Kein hinter der Ecke hervorspringendes »Hab ich dich erwischt«, das einem kurz den Puls in die Höhe treibt, gleich danach aber ist wieder alles in Butter. Als Papa sagt, es gehe um Mama, weiß ich schon, was kommt. Ihre Krankheit ist wieder da. 3. Mama ist noch zu Hause. Es ist noch nicht so schlimm, dass sie ins Krankenhaus muss. Ich halte es trotzdem kaum fünf Minuten bei ihr aus, so wenig ist von ihr übrig, so sehr hat die Krankheit schon ihr sonst so fröhliches Wesen weggedrückt. Fast nichts ist mehr da, fast alles weit weg. Sie besteht nur noch aus Angst, nur noch aus Verzweiflung. Ich will, dass sie mich nach meinem Leben fragt, wie es mir geht, wie ich zurechtkomme in der neuen Stadt, mit der neuen Arbeit, die genau das ist. Arbeit. Lohn und Brot. Leib ohne Seele. Aber sie fragt nicht. Sie sagt nur, ist es okay, wenn ich dich nicht nach dir frage? Ja, antworte ich. Aber es ist nicht okay. Hell no. Meine Mutter soll verdammt nochmal für mich da sein, nicht andersrum. Schließlich hat sie mich auf die Welt gebracht, dann ist es auch ihr Job dafür zu sorgen, dass ich mich darin zurechtfinde. Ich möchte sie an den Schultern packen und durchschütteln, bis die Krankheit aus ihr herausfällt und sich verdrückt, wie eine Kakerlake, wenn man das Licht einschaltet. Ich schäme mich dafür, so zu denken, dass ich nicht mitfühlend bin, nicht für sie da sein kann, ihr nicht helfe. Ich brauche jetzt all eure Kraft, sagt sie. Bitte schickt mir so viel von eurer Kraft, wie ihr könnt, damit ich nicht ins Krankenhaus muss, sondern schnell wieder gesund werde. Ich sage ihr zwar, dass ich das täte, aber ich werde es nicht tun. Es liegt nicht daran, dass ich nicht an Kraft oder Energie oder was auch immer im spirituellen oder esoterischen Sinn glaube. Es ist einfach so, dass ich alles, was ich gerade an Reserven habe, für mich selbst brauche. Eine Woche später werde ich dann doch ständig an sie denken und hoffen, dass es ihr und Papa gut geht, aber da ist es schon zu spät. Da ist sie schon, wie Papa mir am Telefon sagen wird, im Krankenhaus. Wegen ihrer Suizidgedanken konnte sie nicht zu Hause bleiben. Papa sagt, er hätte es nicht alleine hinbekommen, sie rund um die Uhr zu betreuen, zumindest nicht so, dass sichergestellt sei, dass sie sich nichts antue. 4. Mama wurde das erste Mal krank, als ich 17 Jahre alt war. Wenn ich heute versuche, mich zurückzuerinnern, fällt mir nicht viel ein. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht erinnern kann, weil so viel Zeit vergangen ist, oder ob ich die ganze Geschichte nach deren Ende in eine Kiste gepackt und sie anschließend in einer mondlosen Nacht im Wald vergraben habe. An meinen ersten und einzigen Besuch im Krankenhaus aber erinnere ich mich. Mama sieht scheußlich aus, die entschlossene und lebensfrohe Frau, die sie sonst ist, ist abgemagert, das Haar unordentlich, sie trägt ein schmutziges Krankenhaus-Nachthemd und redet davon, wie sinnlos das Leben ist, dass sie nie wieder gesund werden wird. Das ist das Wahr mit ihr und dem Leben. Später, als wir sie wieder in ihr Zimmer bringen, sehe ich auf dem Bettlaken einen Menstruationsblutfleck. Meine Mutter hat nicht die Kraft, sich darüber zu beschweren, dass sie in ihrem eigenen Blut schlafen muss. Ich gehe zum Stationszimmer und scheiße die erste Person an, die ich sehe. Wofür die Pflegekräfte denn bitteschön bezahlt würden, wenn nicht für die Fürsorge der Patientinnen und Patienten. Ob meine Mutter sich vielleicht noch schnell einen Arm oder ein Bein brechen solle, damit sie besser behandelt wird. Gegen die Zustände hier wäre Nurse Ratched ja Mutter Teresa. Wo denn die Zimmer seien mit den Insassen, die sich in Zwangsjacken verschnürt, im eigenen Kot, Urin und erbrochenen Suhlen? Wie sich herausstellt, ist der junge Typ, der all das abbekommt, Praktikant in seiner ersten Woche und auch ohne diesen Anschiss, sichtlich überfordert. Tja, Arschloch, denke ich, stell dir vor, wie es erst meiner Mutter geht. Papa hat darauf bestanden, dass ich mal rauskomme. Also fahre ich im Sommer darauf, Mama ist fast acht Monate krank, mit Freunden für eine Woche in ein kleines französisches Dorf an der Atlantikküste, trinke eiskalten Gin Tonic und Rotwein aus mit Kugelschreiber geöffneten Flaschen, gehe nachts im Meer baden und atme den Duft der Kiefern- und Pinienwälder. Als ich wieder zu Hause ankomme, holt Mama mich vom Bahnhof ab. Gute Nachrichten, lächelt sie und umarmt mich. Sie ist wieder gesund. Einfach so. 5. Am nächsten Tag fragt mich Mama, ist es okay für dich, wenn wir spazieren gehen? Ja klar, sage ich. Gar nichts ist klar. Natürlich gehe ich mit ihr spazieren. Ich weiß, wie wichtig es für jemanden mit einer Depression ist, sich abzulenken, wenngleich die Ablenkung ungeheuer schwer ist. Aber es tut mir schrecklich weh, Mama so zu sehen. Und ich habe den Kopf voll. Ich kann nicht für sie da sein. Ich bin selbst so traurig und verzweifelt, dass jemand anderem zu helfen das Letzte ist, woran ich gerade denken kann. Am meisten aber tut weh, dass ich dieses egoistische Bedürfnis habe, zu verschwinden. Mich so lange zu verkriechen, wie Mama krank ist. Und erst aus meinem Loch zu kommen, wenn sie wieder gesund ist. 6. Zwei Tage später muss ich wieder funktionieren. Ich arbeite sechs bis sieben Tage die Woche. An drei Tagen davon habe ich Schichten bei beiden meiner Jobs. In einem Szene-Café und in einer Sperrmüll-Mobiliar-Hipster-Bar. Mein erster Tag in der Gastro fühlte sich an wie die Landung der Alliierten in der Normandie, nur dass ich nicht mit tausenden von Soldaten, sondern alleine gekommen war. Mit einem Luftgewehr. Die Kugeln flogen mir um die Ohren, dass mein Trommelfell nur so sang und surrte. Es hat etwas Selbstzerstörerisches, diesen Job mehr als einen Tag zu machen, geschweige denn immer wieder. Denn es ist ein unglaublich undankbarer Job. Nein, man ist nicht auf der Suche nach der Heilung für Krebs, baut keine Brunnen in Afrika oder deckt finstere Machenschaften der chinesischen Regierung auf. Man entwirft keine extravaganten Bauwerke, komponiert keine weltverändernden Popsongs und schreibt auch keine Spiegel-Bestsellerlisten-Bücher. Aber man versorgt Menschen mit Essen und Trinken. Man bedient den Trieb, der noch vor Vögeln und Schlafen kommt. Ich halte es für durch und durch ehrenhaft, Menschen zu bedienen. Aber Gäste sind keine Menschen. Gäste sind scheiße. Gäste sind unfreundlich und undankbar. So what, wenn dein beschissenes Bier irgendwie komisch schmeckt, Wichser? Meine Mutter hat eine scheiß Depression. Halt deine impertinente Fickfresse und gib mir verdammt nochmal ein ordentliches Trinkgeld, wenn ich mir deiner Sonderwünsche wegen die Füße wund laufe, du Spast. Die Arbeit ist aber auch ohne Scheißgäste ein so beschissen anstrengender Job, dass ich mich schon nach der ersten Woche mit einem schallgedämpften Präzisionsgewehr auf einen Glockenturm tagträumte. Es gibt zwar Stammgäste, die einem sogar etwas entgegenbringen, was man als Respekt bezeichnen könnte. Die meisten Stammgäste aber sind traurige Gestalten. Gescheiterte, Verlierer, Trinker. Allerdings nicht die coole Humphrey-Bogard-Variante, sondern der bemitleidenswerte Harald-Jund-Getyp. Dudes, die mit Mitte 50 aussehen wie Mitte 80. Von Bogie würde man sich ja vielleicht noch rumscheuchen lassen. Das Schlimmste an der Gastronomie aber ist, dass man immer dann arbeitet, wenn alle anderen frei haben. Mama allerdings würde wahrscheinlich lieber ein Jahr in der Gastronomie arbeiten, als einen Tag krank zu sein. Wenn eine Klinik überhaupt das Attribut schön tragen kann, dann liegt die Klinik schön. Am Rande eines ruhig gelegenen Wohngebietes einer Kleinstadt, umgeben von dichtem Mischwald, in dem es Wildtiergehege gibt, deren wegen Touristen und Spaziergängerinnen herkommen. Mama hat mit ihrer Ärztin eine Vereinbarung getroffen. Wenn sie jeden Tag eine Dreiviertelstunde spazieren geht, darf sie den Rest des Tages so lange im Bett liegen und schlafen, wie sie will. Für gewöhnlich unternimmt Mama neben ihrer Arbeit viel. Hält Vorträge, gibt Geflüchteten Deutschunterricht, trifft sich mit Freundinnen, liest, schreibt Tagebuch, geht spazieren, macht Radtouren an die Elbe, fährt ans Meer, geht ins Kino oder arbeitet im Garten. Zu all diesen Dingen hat sie jetzt nicht nur nicht die Kraft, allein der Gedanke daran würde sie überfordern. Hier und jetzt will sie nur Zeit rumkriegen. Die Zeit ist ihr Feind, denn sie steht zwischen ihr und der Genesung. Deswegen schaut sie während des Spaziergangs auch alle paar Minuten auf die Uhr. Wäre Mama gesund, würden wir einfach spazieren gehen. Sie würde mir erklären, an welchen Blumen wir gerade vorbeikommen, wo deren Namen herkommen und was sie bedeuten. Wir würden vielleicht sogar einen Strauß Wildblumen pflücken. Hier und jetzt denke ich zwar auch kurz daran, aber ich pflücke keine Blumen, weil Mama sich nicht an ihnen erfreuen könnte. Hier und jetzt geht es ihr nur darum, die Dreiviertelstunde vollzukriegen, damit sie sich hinlegen und so viel Krankheit wegschlafen kann wie möglich. Am schlimmsten an ihrer Depression ist, dass sie sich vollkommen klar über ihren Zustand ist. Sie weiß, was mit ihr los ist und sie weiß oder hofft zumindest, dass sie irgendwann wieder gesund wird. Nur kann sie sich nicht aus ihrer Situation herausreflektieren, wie es bei alltäglicher Melancholie oder Traurigkeit manchmal funktioniert. Ich könnte mir bewusst machen, dass ich gesund bin, dass ich Arbeit und eine Wohnung habe, dass irgendwann im Leben nun mal der Moment kommt, ab dem man auf sich allein gestellt ist. Dass es mit Ende 20 langsam Zeit ist, sich von den Eltern abzunabeln und dass es Zeiten gibt, in denen man weit weg von allem ist, das einem Selbstvertrauen und Stärke gibt. Ich könnte mir all diese Sachen bewusst machen und allein dadurch sollte es mir eigentlich besser gehen. Mama kann nichts tun, außer zu warten und auszuhalten. Aushalten und ihren Suizidgedanken nicht nachgeben. Ich stehe am Auto und rauche. Es fällt leichter Nieselregen, der wie Tau die Schultern meines Sackos benetzt. Die Leute, die an mir vorbeikommen, nicken mir schweigend zu. Einige kommen zu mir herüber, legen mir mit bemühter Geste eine Hand auf die Schulter und lächeln mich ermutigend an. Ein oder zwei umarmen mich sogar. In der Friedhofskapelle ist es kalt und klamm, die Art Kälte, die einem bis in die Knochen kriecht. Der Pfarrer durchschreitet den Mittelgang gespielt feierlich, in der rechten Hand ein tragbares CD-Radio, das er unbeholfen an eine Steckdose anschließt, dann einschaltet und schließlich zu einem Song skippt, der so schrill aus den höhenlastigen Boxen herausquäkt, dass es mir in den Ohren wehtut. Er wirft Papa einen fragenden Blick zu und Papa gibt ihm stumm zu verstehen, dass er den falschen Song angestellt hat. Sie stimmen sich mit Handzeichen ab, bis endlich der richtige Song läuft. Das hat Mama sich bestimmt anders vorgestellt, denke ich. Als mein Blick zu ihrem Sarg schweift, denke ich aber, dass sie die Komik dieser surrealen Situation zu würdigen gewusst hätte. Die gesunde Mama, die witzige, lebensfrohe, nicht die, die jetzt da in einer Kiste aus Ahornholz liegt. Wenn ich ihr früher Kraft geschickt hätte, denke ich, vielleicht hätte ich etwas tun, können, sollen, müssen, wäre ich nicht so egoistisch gewesen. Ich habe sie mit auf dem Gewissen, denke ich, und balle die Fäuste, bis meine Knöchel weiß werden. Mein Telefon klingelt mich aus dem Schlaf. Auf dem Display steht Papa. Gute Nachrichten, denke ich, wie eine Beschwörungsformel, dann gehe ich ran. Jetzt geht's mir die Aufmerksamkeit.